Was geht, Freunde? Ich bin's, Loco. Heute sind wir natürlich wieder in Notruf Hamburg unterwegs. Ich bin aber nicht alleine, Leute. Ich habe heute eine fette Überraschung für euch. Bevor ich die euch aber zeige, müsst ihr noch meinen Kanal abonnieren. Oh, da krabbelt schon der erste Rümer, der natürlich das Geheimnis hier verraten muss. Es gibt immer ein Spielverderber, Leute. Aber ich bin nicht alleine. Ich bin auch nicht zu zweit. Auch nicht nur zu dritt. Ich glaube, ich habe hier fast 14 Mann, Leute. Leute, wir übernehmen den Server als COPS, SEK, COPS, wie auch immer. Wir müssen uns mal, ich will mal kurz durchzählen. Wie viele haben wir hier? Wie viele haben wir hier? Wie viele haben wir hier? Also, wie viele COPS haben wir hier? Der Rest ist erstmal nicht so interessant. Nur COPS sind wichtig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hier sind schon die Hälfte auf jeden Fall von denen, die wir haben dürfen. Da hinten stehen bestimmt auch noch einige. Ich hole mal kurz ein Auto. Ich brauche auch eins zum Bewegen. Ich glaube, ich nehme ein größeres. Ich glaube, den Bus habe ich noch nicht. Ich glaube, den Bus habe ich noch nicht, oder? Habe ich den Bus? Doch, ich habe den Bus. Nice, Leute. Kommt alle in meinen Bus rein. Ich habe den Lokobus. Rein, 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 rein. Ich weiß noch gar nicht, was wir so richtig mit der Menge machen, Leute. Aber wir werden auf jeden Fall keinen Kriminellen eine Chance geben, hier auch nur ein Laden auszurauben, glaube ich. Zack, 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 zack. Ich komme noch vorne für alle, die jetzt noch vorne sind. Am besten vorne warten. Ich komme da einmal hin. Am besten mir den Weg nicht versperren. So. Der wollte mir echt den Weg versperren. Äh, wenn mir jemand seinen Robux-Namen gibt, er kriegt von mir irgendwie Robux oder so. Der Typ mit dem SUV. Der Typ mit Absicht gemacht hat, Junge, direkt Block. Direkt Blockliste. Ich mache da keine Faxen mehr mit. Ich habe keine Lust mehr. Wir wollen hier spielen, Leute. Wir wollen hier spielen. Let's go, Mario. Da haben wir einen. Okay, ich kann die Nachrichten immer nicht lesen. Alter. Alter. Junge. Junge. Oh, ich dachte, jemand hat es schon kaputt gemacht. Nein. Hä? Ach, er ist K.O. gegangen. Ey, ich hatte ihn gerade festgenommen. Ey, Leute, wir wollen den festnehmen. Ich brauche XP, Leute. Ich brauche Money. Versuchte Festnahme. Ja, das ist auch okay. Das ist auch okay. Versuchte Festnahme ist auch okay. Hauptsache XP. XP. Aber habt ihr das gesehen? Selbst mit zwei Waffen hatten die 0,0 Chance. 0,0 Chance, Leute. Ja, alles gut. Irgendwie, Hauptsache, ich kriege irgendwie XP. Also, den kriege ich eh nicht. Also, bedient euch an dem. Also, das wird nichts. Da brauche ich mich nicht mit einmischen. Wir gucken, ob wir andere Kriminelle jagen. Warte mal, ich fahre nur raus, Leute. Keine Sorge. Ihr könnt alle... Äh, Juwelier wird auch rausgeraucht. Uiuiuiui. Deswegen immer ein eigenes Auto besorgen. Eigentlich hat er mir ein bisschen geholfen und ein bisschen doof gemacht. Aber hauptsächlich geholfen. Der Rote. Oh Gott. Leute, oh mein Gott. Warum sind die nicht alle eingestiegen? Ich stand da noch 10 Minuten. Los, alle rein da. Alle rein hier. Alle rein. Okay, ich fahre jetzt. Alle, die jetzt nicht drin sind, müssen leider zu Fuß laufen. Leute, wieso parkt ihr eure Autos Formen? Ihr denkt doch mal ein bisschen mit. Der weiße Audi, der jetzt hier auch wieder durchdrehen muss. Ja gut, der gehörte nicht zu uns. Jetzt habe ich mich unterm Schirn verhakt. Ja, das war's. Ah, geht. Ah. Ich bleibe nie wieder stehen. Also, ich bleibe nie wieder stehen für euch. Ist mir egal. Junge. Ja, schon über alle Berge wahrscheinlich. Äh, natürlich. Wer jetzt erwartet. Die konnten den ganzen Laden ausrauben. Leute, ey. Besorgt euch ein eigenes Auto. Besorgt mir ein Zweisitzer. Wie viele sind wir denn jetzt? Wir sind ja wirklich fast 14 Cops. Wie viele Cops haben wir denn auf dem Server? 14. Also, das könnte hinkommen. Ich möchte mal, dass alle Cops auf diesen Parkplatz hier kommen. Wir versammeln uns jetzt mal, Leute. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn alle da sind. Okay, wir wurden hier wieder. Ein kleines Zwischending hier. Oh, Leute, ey. Hört mal auf, vor mir hier zu rennen die ganze Zeit. Macht mal euer eigenes Ding. Ey, wieso trifft der nicht? Der war so gut. Irgendwie nahe der eine Kopf geht. Bitte, was ist denn mit ihm? Oh, der hat getroffen. Ey, welche Assis wollen den festnehmen? Ah, hier ist noch einer. Ah. Ne. Ist noch einer. Wofür den zweiten Bus? Wofür? Wer hat mich angehittet? Ah. Da oben. Komm, zeig dich. Kannst dich nur zeigen, war, wenn du, äh, weißt, dass du dich gesehen wirst, ne? Weil du nicht triffst sonst, war? Ja, ja, I see you. I see you. Leute, da hinten auf dem Dach. Pointet alle auf ihn. Oh, der ist gut, der ist gut, der ist gut. Äh. Äh. Ah. Ist das Soul? Soul, ich krieg dich. Leute, ihr müsst aufhören, um mich herumzulaufen. Dadurch kann ich nicht treffen. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts, Leute. Macht mal bitte euer eigenes Ding. Ich sehe nichts. Hier, Finn, Hein. Besorgt euch Waffen. Warum steht hier rum? Ihr habt, habt zwei Sterne. Ja, besorgt euch eine Waffe, damit es zu wenigstens ein Lot, zwei Sterne zu haben. Oder, wärt Notarzt, damit wir hier einen, äh, damit wir hier einen Rettungsdienst haben, sobald hier einer K.O. geht. Aber hier mich die ganze Zeit hin und her schieben, das ist nicht das, was, äh, wir brauchen, auf jeden Fall. Jetzt ist meine Ausdauer leer. Oh, man, Leute. Wir finden hier weiter. Wir sehen uns gleich weiter, wenn es hier irgendwie mal was passiert hier und nicht so ein Tumult ist. Höh, da. Das habe ich genau gesehen. Steigt in sein Auto. Ah, schade. Ich dachte, der steigt noch aus. Langweilig. Schießt jemanden an und läuft weg. Cylonix. Aber Typ. Aber Cylonix. Leute, wie? Das habe ich nicht gesehen. Wie viel hat der schon geschrieben? Oh, no, 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 no. Moment, 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 Moment. Ich habe den TikTok-Chat nicht offen, Leute. My bad, my bad. Leute, Leute, wie? Der Pro Player, ey. Ne, leider nicht. Hast du noch was geschrieben davor? Ne, ne? Ey, sorry, wenn ich eine Nachricht vercheckt habe. Muss erst Video schneiden. Oh, ich muss das auch noch machen. Look on top. Leute, wie? Denkt mal dem Zuckersüßen da vorbei, Leute. Ohne Witz. Der beste Notruf Hamburg. Ey, was der für Filme macht, ne? Ohne Witz, Leute. Da träumt ihr nachts von so, wie ich den Notruf Hamburg-Filme macht. Ja, ohne... Also, boah. Stories-mäßig, geil. Schaut da unbedingt rein, Leute. Hier müssen wir auch nochmal... Ohne Witz, ich muss mal was zusammen machen. Hätte ich auch nicht Lust drauf. So. Ey, wie viele jetzt hier am Start sind. Ich weiß gar nicht so richtig, wie ich das hier angehen soll. Was machen wir jetzt? Ich kann nicht blitzen, weil alle Leute, die gefühlt auf dem Server sind, seid ihr. Tch. Wir haben wieder Kriminelle hier. Haben wir Kriminelle? Oh. Ja, okay. Ja, dann lasst uns doch mal ein paar Kriminelle festnehmen. Ich besorge mir mal ein anderes Auto. Und... Weil mit dem Auto wird das nix. Ich besorge mir mal eben ein anderes Auto. So, ihr habt jetzt alle die Chance, hier mit einzusteigen. Wenn ihr das nicht tut, ist das euer Pech. Wann nimmst du an? So, ich hol mir jetzt noch mal kurz ein eigenes Auto. Ey, der, der, danke für deine 8K. Ich hol mir jetzt noch mal ein eigenes Auto. Loco ist the goat. Ey, die Community von Loco ist the goat, Leute. Ohne Witz. Ohne die Community wäre ich halt auch nichts. Ne, das dürft ihr nicht vergessen. Ohne euch wäre ich nichts. Das heißt, jeder, der hier zuschaut. Jeder, der irgendwann mal geliked hat. Jeder, der irgendwann mal einen Kommentar da gelassen hat. Jeder, der sich irgendwann mal mein Video bis zum Ende angeguckt hat. Und jetzt werde ich grasiert. Damit habe ich jetzt natürlich nicht gerechnet. Kuss geht trotzdem raus. Äh, ja, Leute. Video geht weiter, wenn ich hier hochgeholt werde oder so. So, Leute. Wir sind hier mal kurz auf dem öffentlichen, äh, öffentlichen, sage ich schon, auf den privaten Server gegangen. Denn wir machen hier einmal Crime vs Cop, Leute. Ohne Verhaftung und ein bisschen mehr mit Kontrolle. Stellen hier erstmal die Tageszeit ein. Ich habe mir ein neues Auto gegönnt. Denn im letzten Update haben die den AMG verbessert vom Design. Wurde mir zumindest so zugetragen. Und da er nicht so teuer war, dachte ich, wie, ich gönne mir den auch mal, Leute. Ich meine, irgendwann wollen wir ja eh alle Autos haben. Erst den Porsche, jetzt den AMG, Leute. Aktuell kaufe ich mir viele Autos. Aber es ist nicht so schlimm. Der ist zwar nicht so schnell. Es sieht aber ganz schicke aus. Wir fahren jetzt mal. Wo treffen wir uns denn? So, in der Stadt schon, ja, ne? Würde ich jetzt schon so behaupten, mal. So, Leute. Da seht ihr schon den ersten K.O. gehen. Da wird einer getasert. Verhaftet wird nicht. Verhaftet wird nicht. Du wirst geblockt, wenn du hier Leute festnimmst. Wer ist das denn? Das sehe ich gar nicht. Brille. Leute, schreibt mir seinen Namen in den Chat. Ich bin Notarzt. Warte, ich bin Notarzt. Ich beeile mich. Ich beeile mich. Ich beeile mich. Ich beeile mich. Ey, dieser Bus. Warum steht hier ein Bus? Ach, Mann, ey. Hauptsache, alles vollständig mit irgendwelchen dummen Autos, die keiner braucht gerade. Dann bleibt alle draußen. Was soll eure Mission? Leute, ihr wollt gegeneinander kämpfen. Wer hat hier das Admin-Auto? Ach, Loco-Fan. Wieso hast du Mordrechte? Habe ich die Mordrechte gegeben? Ja, gut. Egal. Du bist Felix auch einer der Vernünftigen. Kein Mist mitmachen. Leute blockieren, wenn sie nervig sind. Ich kann jetzt nämlich schön das Auto hierhin parken. Und mich dann immer zum K-Teleportieren. Mal gucken, ob es jemanden gibt. Gibt es nicht. 2B. Gibt es auch nicht. 2I. Mann. Gibt es keinen hier gerade? 2A. Hä? Kein A, 2, kein Dings. Was machst du hier eigentlich? Ich fahr mich mal kurz zurück. Hast du mich gerade versucht, einen Moderator auf meinem eigenen Server zu machen? Loco-Fan? Bruder, den Server habe ich gekauft, gemietet. Da kann gar kein... Also, das ist unmöglich, dass ich... Junge. Danke, dass du auch 10 Mal zu weit fährst. Ich wollte hier zu den Verletzten hin. So. Just no dogs. Wir retten dich. Was ist denn los? Hier schießt ja gar keiner. Wir brauchen noch ein paar Kriminelle. Mir ist das auch mal passiert. Was ist dir passiert? Wir brauchen noch Notas. Also, jemand, der gerne noch freiwillig Notas machen möchte. Kann sich hier gerade eine goldene Nase verdienen heute. Arthur. Am Start. Im Kekse oder so. Ich kann euch halt immer nur eine Blutrad zugeben, Leute. Ah, okay. Das muss ich jetzt auch nur noch einmal anklicken. Oh mein Gott. Das ist ja... Das ist ja ein Upgrade. Das ist ja wirklich ein Upgrade. Okay. Alter, was ist hier passiert? Ey. Nicht noch über die Leichen hier rüberfahren. So, genau. Loco-Fan macht auch noch mit Action, Leute. Aber wir haben noch ein paar zu wenig. Also, wenn ihr noch mitmachen wollt. Ihr könnt noch gerne als Krimineller oder SEK... Wie komme ich rein? Über den Link. Ach, Mann. Ich pinne den mal kurz an. Kann ich hier rüber nicht. Ach, Mann. Ja, Leute. Wisst ihr was? Ist egal. Wir hören auf mit Dings hier. Das war's, Leute. Checkt die Beschreibung aus. Da findet ihr meinen Discord-Kanal. Das war eine witzige, chaotische Folge. Als SEK beguckt, was wir daraus schneiden. Jetzt natürlich viel Spaß bei den nächsten Videos. Und... Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, ciao.